Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Wir alle wissen, Christian Eckerlin wird bei Octagon, bei dem 1-Millionen-Euro-Turnier teilnehmen, wo er möglicherweise die Chance darauf hat, richtig, richtig Asche zu machen. Und das ist natürlich auch für ein Michael Smolik interessant, welcher versucht sich auch im MMA Deutschland zu etablieren und viel Reichweite zu generieren. Wirklich ernst genommen zu werden als Fighter und wirklich auch den Respekt zu erlangen. Und ich denke, so ein Turnier zu gewinnen, würde einiges aussagen und würde wirklich bei Michael Smolik gar keine Fragen oder gar keine Meinungen mehr splitten. Sondern wenn er das gewinnen würde, würde es natürlich heißen, Michael Smolik ist ein legitimer, richtig, richtig starker Fighter. Aber, was viele wirklich außer Acht lassen, ist einfach die Gewichtsklasse. Ich habe das Turnier vorgestellt im letzten Video und habe erklärt, was natürlich dafür die Voraussetzung sein muss, dass man dort teilnehmen kann. Michael Smolik wiegt 93 Kilogramm, wenn er in einen Fight reingeht und hat dafür wahrscheinlich auch schon einen relativ starken Weightcut. Man sieht es, sein Body-Fat-Anteil ist jetzt nicht massiv. Er könnte bestimmt auf 84 runtergehen, langfristig gesehen. Aber ich glaube, 77 wäre einfach nur radikal und viel, viel zu hart für ihn. Und allein schon von seiner jetzigen Statue und von der Muskelmasse würde das einfach überhaupt keinen Sinn machen. Weil das Turnier findet nur auf 77 Kilogramm statt. Und da kann natürlich ein Kampf Smolik-Eckerle niemals stattfinden. Das könnte höchstens 84 Kilogramm sein oder Catchweight oder sonst irgendwas. Aber niemals 77 Kilo. Deshalb kann Michael Smolik bei diesem Turnier auf jeden Fall nicht teilnehmen. Wäre es 84 Kilogramm gewesen, hätte man wirklich drüber nachdenken können. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall machbar gewesen. Aber 77 Kilo Turnier geht nicht. Michael Smolik hat selbst hier in einem Statement bei Instagram gesagt, viele haben mich auf das 1-Million-Euro-Turnier angesprochen. Er sagte dazu, wäre definitiv interessant. Da gibt es nur ein kleines Problem. Ich wog das letzte Mal 77 Kilogramm mit 15 Jahren. Absolut unrealistisch für mich, in so einer Klasse zu kämpfen, sagt er hier. Und ja, das ist es auf jeden Fall. Weil Michael Smolik 77 Kilogramm nicht machbar, dann muss der Kampf-Eckerle in Smolik weiter auf Eis gesetzt werden. Aber ja, da sieht man ja schon davon, dass er es auf jeden Fall mitbekommen hat. Er hat Wind davon bekommen, dass so ein Turnier im deutschen Raum auf jeden Fall ansteht. Und wie schon gesagt, werden ja 8 europäische Fighter geholt. Ja, 8 europäische Fighter werden halt von Außenbereichen von anderen Organisationen oder anderen Gyms geholt, die dann dort gegen die Octagon Fighter antreten werden. Was interessant ist, ist ein Islam Dolatov. Viele haben das wirklich auch in die Kommentare geschrieben. Islam Dolatov, 77 Kilo. Hätte Bock. Aufstrebendes Turnier. Würde gut zu ihm passen. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ob das zustande kommt, werden wir sehen. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Was denkt ihr über das Ganze? Bis zum nächsten Mal. Hier bei NoTime MMA. Wie geht's mit mir. Wie geht's mit mir. Wie geht's mit mir.